Hallo und willkommen zur mittlerweile 30. Folge von The Legend of Zelda Twilight Princess, wenn ich mich in der Zahl nicht vertue. Wir sind hier im alten Anwesen der Yetis und wir sollen den... Der Spiegel ist uns quasi schon sicher, denn der Yeti-Mann hat seiner Yeti-Frau eben einen dieser Spiegelsplitter geschenkt. Weil er ihn gefunden hat. Und er überlässt ihn uns, weil der Eno Ärger bringt. Deswegen kann er ihn uns getrost auch überlassen. Jetzt kann er vertrauen. Also ich sehe schon, wie lange ich muss. Wolf ist falsch. Und durch die Tür. Deswegen, wie gesagt, uns ist der Spiegel quasi schon sicher. Und das ohne ein Dungeon machen. Ich bin kein Bein. Ja, hier zum Beispiel diese Dinger hier sind. Eine ausgeburtes Kristall-Einschlüssel. Oh. Gut, hier ist kein Schlüssel. Oder kommt der, wenn ich euch beriege. Oder ist er da eingegraben? In dieser Einkiste da, hier in dem Raum. Ich soll freisprengen. Bei Schmelzen mit der Lampe vielleicht. Ne, tut sich auch nichts. Den Schnee wegwirken. Ne, vielleicht. Auch nicht. Ich meine, als Wolf gebuddelt habe ich ja schon. Oder habe ich falsch gebuddelt? Ich habe falsch gebuddelt. Schlüssel? Schlüssel. Okay, gut. Komisch. Der Anwesen hat genau die gleiche Schlüssel wie in jedem Land. Na ja. Ist egal. Entschuldigt, falls ihr Staubsauger wie du euch hören solltet. Ebenhindeck und Staubsauger hat niemand. Aber auch. So. Tür ist offen. Geh. Ich habe keinen Bock, Eistock schießen zu spielen. Bam. Okay. Etwas easy. Wenn es nur das war. Ich hänge überall Schilde und Schwerter an der Wand. Krass. Wie ich hier mal vor den Yiddies gewohnt habe, das würde mich mal echt interessieren. Ah, da ist eine Truhe. Die Truhe wahrscheinlich mit dem Schlüssel, die die Frau erwähnt hat. Und natürlich. Was sind das für Viecher? Oh Gott. Oh ne. Ich krieg die Gegner, glaube ich. Eier, die sind sehr nervig. Aber auch für mich keine Gegner. Ja. Meine Zeit, bitte nicht verschwinden. Und in dieser Kiste finden wir einen Ordon-Kürbis. Dieser Kürbis stand aus seiner Heimatstadt Ordon. Wie kriegen wir den Kürbis her? Was ist das? Der gehört doch hier ganz sicher nicht hin. Sollen wir nicht da einmal zurückgehen und schauen, ob sie sich erinnern von der Schlüssel? Ja, sollten wir. Also gehen wir doch durch. Die Tür war eigentlich geschlossen. Ah ne, die war ja offen, nur wir konnten hier nicht hin. Genau so rum war das. So. Die arme Frau war ganz verwirrt. Aber vielleicht weiß der Mann ja, was mit dem anzufangen ist. Mit dem Kürbis. Moin Meister. Welcher Oma wäre wohl am besten? Hm? Kürbis? Was ist ein Kürbis? Ah, ein Kürbis. Danke. Probier doch mal. Ich glaube kaum, dass ich da so schnell was geändert habe. Ich habe ihm ein bisschen Schaden genommen. Genau zwei Herzen. Die deine Klage-Fischbrühe. Wenn wir noch ein bisschen warten, vielleicht den Kürbis aufschneiden oder so. Ich meine, ich bin... Ich bin in der Küche kein Experte, aber ich weiß nicht was. Du füllst normale Suppe in deine Flasche. Sieht nicht nach süßem Kürbis. Lege sie auf das noch nichts. Vier Herzen. Uh, ah ja, ist schon besser. Danke dafür. So, junge Dame. Hast du ihn gefunden? Ha, ein Kürbis? Oh, wie kommt der denn hierher? Hm, wo kann er denn nur sein? Ähm, vielleicht in diesem Zimmer dort. Äh, wo ich das Zeichen gemacht habe. Ah, willst du bitte noch einmal nachsehen? Ah. Ah, okay, gut, wenn du meinst. Oh, scheiße. Diese Eiskölze sind echt nervige Gegner. Wenn du willst du so schnell siehst. Ah, ich sehe schon. Ah, jetzt ist sie. Ah, ich sehe. Yes, 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 ich sehe. Ich sehe, was du da hast, Nintendo. Ich sehe, was du da hast. Ich sehe, was du da hast. Laden. Tschüss. Bitte? Tschüss. Oh, noch eine Kanone kommt. Ich habe das. Ja, gut. Mit dem Gegner ist das Blank, das denke ich ganz okay. Bam. Oh, das sieht so gut aus. Die Technik ist echt unterschätzt. Ich denke mal, die werde ich am seltensten benutzen. Ja, da sind die Kanonenkugeln. Die kriege ich aber nicht her. Ich kann mich aufhören zu nerven, ihr dreckige Gegner. Ist hier noch irgendwo einer? Lieber nie. Du musst해� lugen. Ja, wie ist das? Ja, dann ist es. Naja, sonst kommt ich ja nicht weiter. Vielleicht ist hier ja etwas. Wieder eine Kanone. Als ich aber auch noch nicht rankomme. Aber hier ist eine Kanone. Ich denke mal, ich muss hier durch dieses Labyrinth. Oder kann ich den mitnehmen? Ich denke mal, ich würde hier nicht so rumstehen. Wenn ich das könnte. So, hier geht es dann durch. Was soll ich denn da sonst machen? Alter. Ich bin nervtübende Tricksviecher. Ich das nicht. Ich bin nervtübende Tricksviecher. Meine Fresse hat es noch gedauert. Ich bin nervtübende Tricks. Ich bin nervtübende Tricks. Was positiv. Besser als Plus-Gubine. laden und dann in die Richtung ziehen schön und jetzt for the motherland ich kann die kanonkugel nicht mitnehmen weiter hier ist ein obergeschoss ganz ehrlich, bei den Viechern platzt mir jetzt der Kragen die jucken die nicht das hier mal das hier mal betrun aber so können die sich wenigstens runter stoßen und jetzt auf jeden Fall nett und langsam zweifel dass ich da stehen kann und da wird wahrscheinlich der Schlüssel da wird wahrscheinlich der Schlüssel drin sein den ich brauche den ich brauche um zu den kanonenkugeln im Hauptraum quasi zu kommen so hier sind es wahrscheinlich Rubin oder Bomben Rubin danke für nichts Dungeon oder kein definitiv kein Dungeon ja ich weiß nicht was ihr denkt das ist hundertprozentig kein Dungeon wird ursprünglich der entertaining nach führung für alle teilen Dann ist hier doch nicht der Schlüssel. Da ist ne Truhe, aber was ist da drin? Alter Link! So eine Scheiß-Suppe-Sau. So. Flupflupflup Link! Ich weiß nicht, wie es mit euch aussieht, aber da muss ich ja kommen, einfach das Bezug. Wie soll es denn so einst weitergehen? Oh, freu ich mich, wenn wir das da hinten haben, das hier vorhintet. Oh, freu ich mich da. 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 So, da ist noch ne Kiste hier im Raum. Hinter diesen Eisklotz. Wie komm ich aber da hin? Weil hier hoch kann ich nicht, oder? Nein, kann ich nicht. Auch wenn sie aufsieht. Ich hab den Kompass geholt. Den Schüssen hab ich immer noch nicht. Wie ist ich im Hauptraum sind Kiste? Hier ist eine Kiste. Hier ist eine Kiste. Oh, sieh ich's auch. Da kann ich ruddeln. Ich meine, wenn ich jetzt das Schlüssel bin, das kann ich auch nicht spüren. Da kann ich nicht spüren. Schlüssel? Schlüssel. Okay, gut. Also, man muss jetzt den Kompass nicht streng entholen dafür. Man hätte auch spüren können. Aber der Kompass erleichtert einen nochmal so richtig. Und zwar können wir jetzt... Momentan... Wie funktioniert das jetzt? Ich glaub ich weiß, wie's funktioniert. Wir müssen das hier greifen. Und die Kanonenpugel rein. Komm, hier geht's nicht weiter. Dann geh ich hier wieder raus. Kann die... Die Hebelchen greifen. Und die Kanonenpugel rollt nach hier hin. Ich meine... Kreativ ist das. Ich meine, aber es hätte Nintendo auch nicht umgebracht. Einfach nur... Ich wiederhole, nur die Tür auf zu machen. Einfach um die Kanonenpugel herzuholen. Das spart einem ein bisschen Zeit. Ich meine... So. Forte mal was lernt. Der Vermutung. Wenn die richtig ist. Ah, unwahrscheinlich. Das Fenster ausspielen. Ja. Das dreht's nicht. Dreck, ey. Einfach nur. Ich kann's ja mal ausprobieren. Wie liegt der immer noch hier. Also das Spiel zieht schon mal richtig an, was das Schwierigkeit angeht. Muss ich schon sagen. Weil wir auch im letzten Jahr nicht bis auf das Borde gefühlt sind. Ehrlich sagen. Du. 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 Wer hat euch ins Herren geschissen? Ich würde ihn gern... ... 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 Es gibt schon Nerve gegen die Gäste. Und dann gibt's diese Dreck-Fix-Fiecher. Kann ich hier noch irgendwas aufsprengen? Ich kann die kann... Moment! Ich kann schon mal vorsorgen. Und die Kanonenkugel Darüber schießen Da drunter werden wir sie brauchen So und For the motherland Oder auch nicht Egal Jetzt weiter In dem Raum hier Was ist hier für ein Raum Die Ristung hier Steht sehr verdächtig Und die da drüben auch Moment Das bin mir was Gar nicht Was zum Fick willst du Fangen Ja okay Ich werde auf meine 2.7 Ich denke mal, ich bringe so weiter, weil du schon wieder bist. Das ist echt verwirrend. Moment. So kommt ein Pfeiler. Ich muss nie gehen wie nix ist. Auch nicht. Okay. Ich guckst bis jetzt ich da oben bin. Was bitte? War nicht gut so zu tun. Falschlegen gesagt. War das denn so schwer? Gott, ey. Auf so engem Raum zu kämpfen ist doch echt schwierig. Weißt du was? Deine Waffe? Die nehm ich mir jetzt einfach. Ich nehm die jetzt einfach. Ich kenn da nix. Fick dich. So, jetzt ist der Morgenstern. Seine riesige Eisenkugel hat sicher enorme Zerstörungskraft. Ja, das hat sie in der Tat. Okay. So, jetzt haben wir eine sehr starke Waffe, würde ich mal behaupten. Mit der wir so gut wie jeden Eisgegner one-hitten können. Und auch diese Eiswände sind für uns kein Problem mehr. Dann nehmen wir mal mit hier. Oh, dann Ziegenkäse. Dieser Käse wird aus der Milch von Ordner Ziegen hergestellt. Was? Schon wieder etwas zu essen? War doch klar. Die war so unsicher, da musste es ja kommen. Naja, egal. Vielleicht fällt dir doch noch was ein. Gehen wir zurück. Ja, also für die, die jetzt mehr als irgendwie nur Müll im Hirn haben werden, wissen, dass das jetzt der fünfte Dungeon des Spiels ist. Und das ist jetzt das Dungeon-Item. Und ich finde diesen Dungeon so cool gemacht. Dass wir quasi hier rumgeschickt werden. Und hier und auch die hier sind kein Problem mehr. Und du auch. Seht ihr? Seht ihr wie einfach das jetzt ist? So. Ah, schmeckt nicht so, du Kriegster. Gut. Und wir kommen jetzt überall wie diese Heißwände sind. Und das finde ich mega geil. Bombenpfeile, vielleicht? Bombenpfeile, 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 Bomben. Okay, Bomben. Nee, Shit. Also Bombenpfeile, Bomben-Oderpfeile. Egal. Dann gehen wir zurück. Und geben dem Mann den Käse. So. Damit der mich ein bisschen heilt. Mit seiner leckeren Suppe. Wo ist er denn? So. Hier. Auf zur Küche. Da fehlt doch noch gewiss etwas. Riecht nicht gut. Nur was ist das denn? Oh, genau das lässt sich meine Suppe noch wählt. Ja, jetzt, jetzt fragt würde ich, ob man Käse in eine Suppe tun muss. Jetzt musste ich noch eine Weile kochen, dann ist sie fertig. Hier, probier mal. Nein. Oh, das tue ich tatsächlich sehr, sehr gerne. Oh, ich nehme, glaube ich, noch eine zweite Flasche als Reservit. Ich würde sie Luxussuppe in eine Flasche. Lecker nach Käse. Legen sie acht Herzen. Okay, gut. Das ist sogar sehr, sehr gut für dich. So. Ich habe ja noch nicht so mega viele Herzen. Das ist nicht genau Art, oder? Ah, Luxussuppe, blablabla. Halt acht Herzen. Ich habe drei. Ich habe neun Herzen. Ja, super. Dann habe ich das genommen. So. Aber, 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 sehr geehrte Frau. Sie haben mich schon wieder auf eine falsche Pferde geschickt. Das gefällt mir also gar nicht. Oh, Dark. Jetzt fällt es mir ein. Um es nicht zu vergessen, habe ich ihn in das Zimmer gleich neben dem Schlafzimmer gelegt. Wie kann ich das nur vergessen? Das ist mir so peinlich. So. Er ist, äh, wo das Zeichen ist. Im Zweifelstock also. Okay. Das muss er sein. Ganz sicher. Bitte geh doch noch einmal. Ja, und den suchen wir dann in der nächsten Folge von Legend of Zelda Twilight Princess. Alles. Danke fürs Zusehen. Ne, morgen wieder bei Pokémon Schwarz bei Johnny einschalten. Er ist wahrscheinlich kurz vorm Finale. Äh, bis wir hier beim Finale sind, dauert es noch eine kleine Weile. Aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und dann schließen wir diesen grandiosen Dungeon auch. Vielleicht sogar ab. Ja, bis dahin. Ciao. Ciao.